Musik Herzlich willkommen zur Asklepios Gesundheitssendung. Es kann ganz plötzlich höllisch wehtun, wenn Harnsteine von der Niere Richtung Blase wandern und wenn sie stecken bleiben. Das ist so schmerzhaft, kaum auszuhalten manchmal. Was ist zu tun? Wie kriegt man sie raus? Und müssen Harnsteine eigentlich grundsätzlich raus, wenn man weiß, dass sie da sind? Darum geht es heute. Bei mir ist Dr. Benedikt Becker. Er ist Oberarzt in der Urologie an der Asklepios Klinik Barbeck. Schön, dass Sie kommen konnten. Ich freue mich, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Sagen Sie mir, mit solchen Harnsteinen, wie da jetzt ja so der Oberbegriff ist, da haben doch viele zu tun, oder? Das ist tatsächlich so, wenn man sich die Literatur anguckt, ist das so, dass circa 4 bis 12 Prozent der deutschen Bewohner von einem Stein irgendwann in ihrem Leben betroffen sein werden. Ja, warum ist denn das so? Ja, das ist so, man muss sich das so vorstellen, dass ein Harnstein, das sind kleinste Mikrokristalle, die im Urin entstehen, um in der Niere und dann irgendwann ausfallen und sich zusammensetzen. Und wenn man die selbst nicht durch eine ausreichende Trinkmenge ausschwemmt, ist es so, dass die irgendwann zu einem tatsächlichen Nierenstein werden und dann auch abgehen können und, wie Sie gesagt haben, höllisch wehtun. Ja, aber warum ist das so häufig? Heißt das, dass die Menschen nicht genug trinken, was ihr Körper verlangt? Oder ist es eine falsche Ernährung? Oder ist es einfach das Menschsein? Ja, das ist alles drei richtig. Da gibt es verschiedene Ursachen. Natürlich ist es so, dass das einmal eine genetische Komponente hat. Da sprechen wir immer über den sogenannten Steingürtel, der dann von Nordindien bis in die Türkei rüberreicht. Die Leute haben tatsächlich mehr Steine als hier. Dann ist es aber so, dass das metabolische Syndrom, also ein Bluthochdruck, eine Fettstoffwechselstörung, Zuckerstoffwechselstörung oder auch ein Übergewicht zu ein erhöhtes Steinrisiko führen kann. Gerade auch im Hinblick auf die tierischen Eiweiße, da hierdurch dann auch mehr Harnsäure entsteht und dann sogenannte Harnsäuresteine entstehen können, die dann primär in Deutschland vorhanden sind, neben den Calciumoxalatsteinen. Egal, woraus der Stein jetzt ist, er tut weh. Wobei, die Symptome sind, glaube ich, mehr als plötzliche Schmerzen. Das ist ganz abhängig davon, wo der Stein gerade liegt. Ist es ein Nierenstein, kommen die Patienten häufig zu uns und sagen, ich habe so Rückenschmerzen, das zieht so ein bisschen. Dann weiß man häufig nicht, ist es tatsächlich der Rücken, ist es die Niere, ist es von der Bandscheibe. Sobald der Stein aber von der Niere in den Harnleiter runterrutscht, dann kommt es zu dieser klassischen Nierenkolik oder Harnleiterkolik, wo das tatsächlich eine Blickdiagnose dann ist für uns Urologen, weil der Schmerz ganz klassisch von hinten nach vorne zieht. Und wandert der Stein weiter runter, wandert auch der Schmerz mit, geht dann vom Ober- und Unterbauch in die Leiste und dann auch bis ins äußere Genitale. Wenn solche Patienten zu Ihnen kommen, sind die dann ein Notfall? Es ist immer ganz abhängig davon. Manche Patienten halten das über Monate bis Jahre aus, bis man dann den Weg über den Urologen zu uns schafft. Wenn dann aber es zu einer Obstruktion kommt, also wenn der Stein im Harnleiter stecken bleibt, dann ist es wirklich ein Notfall und dann muss man auch schnell handeln, dass der Patient wieder von seinen Schmerzen befreit werden kann. Nur wegen der Schmerzen? Initial wegen der Schmerzen, aber es kann auch dazu kommen, dass es zu einer Infektion kommt, also dass der Urin, der dann nicht mehr abläuft aus der Niere, sich aufstaut. Und dann kann es zu einer Infektion kommen, dass dann auch bis zu einer Blutvergiftung kommen kann. Aha, das heißt also, wenn ich weiß, dass ich mit Harnsteinen zu tun habe und wenn die zufällig gesehen worden sind in irgendeiner Bildgebung, sollte ich Sie dann prophylaktisch operieren lassen? Wenn Sie keine Probleme machen und es ein reiner Zufallsbefund ist, würden wir persönlich sagen, lieber kontrollieren, nicht, dass Sie dann größer und größer werden. Liegen Sie aber seit Jahren da und tun nichts, muss man auch nicht unbedingt behandeln, nein. Gut. Wenn Sie jetzt aber doch behandeln würden, welche Möglichkeiten haben Sie? Gibt es verschiedene Möglichkeiten, abhängig von der Steingröße. Ist das ein kleiner Stein, ich sage mal 5 mm, war früher immer der Cut-Off, inzwischen sagt man bis 7 mm, gehen Steine in 70, 80 Prozent von selbst ab. Da ist immer die Frage, wie toleriert der Patient das, wie hält er die Schmerzen aus, wenn das ausreicht von den Schmerzmitteln, wenn die Infektionsparameter im Blut nicht erhöht sind, dann kann man abwarten und dann ist das für den Patienten natürlich auch angenehmer oder schöner, keine Operation zu bekommen. Wenn die Schmerzmittel nicht ausreichen oder es zu einer Infektion kommt, dann sollte man tatsächlich behandeln und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Meistens machen wir es so, dass wir mit einem ganz dünnen Instrument, mit einem sogenannten Endoskop, über die Harnröhre in die Blase eingehen. Dann sieht man, wo der Harnleiter in die Blase einmündet. Wir können mit diesem Endoskop hochfahren, den Harnleiter bis zum Stein und dann haben wir verschiedene Instrumente. Entweder ist es eine Zange oder ein Steinfangkörbchen, womit wir den Stein idealerweise rausziehen können und dann ist die OP vorbei. Ist der Stein zu groß und wir kriegen ihn nicht direkt rausgezogen, dann werden wir den Laser rausholen, mit dem Laser den Stein ganz schonend zerkleinern und dann die Stückchen herausholen und so dann die Operation beenden. Diese Laser, die Sie da einsetzen, was zeichnet die aus? Sind das ganz spezieller? Das sind spezielle Laser. Was die auszeichnet, ist, dass die eine sehr geringe Eindringtiefe haben in Wasser. Deswegen sind die so schonend und man verletzt das umliegende Gewebe nicht, wenn man aufpasst. Und man kann dann den Stein effektiv zerkleinern. Wir in unserer Klinik können glücklicherweise jetzt auch sagen, dass wir die beiden neuesten Laser aktuell benutzen, die auf dem Markt sind, womit wir dann abhängig von der Steingröße, der Steinlokalisation mit dem Patienten ein individuelles Konzept besprechen können, um so dann den Stein auch erfolgreich zu zerkleinern. Genau. Jetzt sagten Sie ja gerade, mit dem Endoskop gehen Sie dann also den Harnleiter hoch, bis dahin, wo der Stein sitzt. Wie hoch kommen Sie denn da? Wir haben verschiedene Endoskope. Entweder haben wir ein sogenanntes starres Endoskop, da kommen wir bis in die Niere, also den Harnleiter entlang. Wenn der Stein allerdings in einem Nierenkelch sitzt, dann wechseln wir auf ein flexibles Endoskop. Und damit können wir tatsächlich dann um 360 Grad rumgucken und so dann unter guter Sicht die komplette Niere ausspiegeln und den Stein dementsprechend dann entfernen. Wie lange dauert so ein Eingriff? Es ist immer die Frage, wie groß der Stein ist. Ist es ein kleiner Stein, dauert das eine Minute, den Stein rauszuholen. Ist das ein großer Nierenstein, den man dann tatsächlich erst lasern muss und verschiedene Tricks anwenden muss, um den Stein dann effektiv und erfolgreich zu behandeln, kann das auch mal bis zu zwei Stunden dauern. Unter Vollnarkose? Das würde ich jedem Patienten empfehlen. Es wird anderswo auch ohne Narkose gemacht. Wir machen das immer mit Vollnarkose. Ja, und wenn Sie das gemacht haben, also mit dem Endoskop, ist danach sozusagen direkt das Leben ein anderes für mich, wenn ich wieder aufwache? Ein neues, ein besseres? Die Schmerzen sind dann natürlich weg, wenn es in einer akuten Kolik war. Ja, man kann sofort dann natürlich wieder aufstehen, man hat keine Bettruhe, man muss sich nicht an gewisse Dinge halten, sondern man verlässt das Krankenhaus und alles ist wieder wie vorher. Man muss nur wissen, dass man einmal einen Stein gehabt hat und dann natürlich auch das Risiko hat, um wieder einen neuen Stein ausbilden zu können. Man sagt ja so, einmal Stein, immer Stein. Kann man das denn unbegrenzt wiederholen, immer? Denn man hat ja nicht unbegrenzt viele Harnleiter. Das ist richtig, wir passen da natürlich immer auf, dass wir die Harnleiter auch nicht verletzen. Man kann das unbegrenzt wiederholen, wenn man aufpasst. Dann ist es natürlich so, wenn die Anatomie manchmal eine andere ist oder wenn dann doch der Harnleiter zu eng ist, um mit diesem Endoskop bis zum Stein hochzukommen, darf man keine Gewalt anwenden und das Endoskop dann, unter Teufel komm raus, da hochschieben. Dann müssen wir sagen, wir legen eine sogenannte Harnleiterschiene ein. Das ist wie so ein kleiner Plastikschlauch, der die Niere und die Harnblase verbindet und eine Verbindung schafft, dass der Urin den Harnleiter runterfließt und dadurch wird der Harnleiter passiv gedehnt. Also der reagiert auf die Harnleiterschiene, der Harnleiter wird weiter und dann geht entweder der Harnleiterstein von selber ab oder wir gucken in einem zweiten Eingriff nochmal hoch und nehmen den Stein dann raus. Das heißt also, als Patient weiß ich nicht, ob das in der einen Operation gelingen wird oder ob ich noch ein zweites Mal zu Ihnen dann kommen muss. So kann man es sagen. Wir versuchen fast immer, muss man sagen, den Stein direkt rauszuholen. Allerdings klären wir die Patienten vorher darüber auf, dass es sein kann, dass sie mit einer Harnleiterschiene aufwachen und man es dann in einem zweiten Eingriff macht. Ja, genau. Sie können ja auch noch den Weg wählen, von außen durch die Haut zur Niere zu kommen. Genau, richtig. Das nennt man dann eine Percutane Nephrolitolapaxie, also eine PNL oder PCNL, wo wir ein ganz kleines Loch außen in die Haut schneiden, um dann mit dünnen Instrumenten direkt in die Niere zu kommen, also unter Umgehung des Harnleiters, um dann von dort die größeren Steine zu behandeln, also auch mit dem Laser aufarbeiten und dann die Stückchen rausholen. Ach so, das heißt also, man nimmt den kürzeren Weg, weil die Steine so groß sind, weil sonst die Strecke so lange wiesen wäre durch den Körper durch? Genau, oder auch, dass die Instrumente dann ein bisschen größer sind und dass man den Harnleiter dann, sag ich mal, umgeht, diesen schont und dann kann man auch größere Konkrementteile aus der Niere direkt rausholen. Das heißt, die Steinfreiheitsrate bei größeren Steinen ist dann über diesen Zugang höher als bei der anderen Methode mit den Endoskopen. Alle diese Möglichkeiten, die wir jetzt besprochen haben, bedeuten ja doch einen kleinen Eingriff in irgendeiner Form, wie auch immer. Was ist denn mit der guten alten Stoßwellentherapie? Ja, Sie sagen es, die gute alte Stoßwellentherapie, das ist heutzutage, ich sage nicht obsolet, aber es hat deutlich schlechtere Steinfreiheitsraten als die bei den anderen Verfahren. Deswegen wird es in den letzten Jahren immer weniger durchgeführt und wir führen es auch nur noch bei explizitem Patientenwunsch durch, weil die anderen Verfahren sich tatsächlich durchgesetzt haben. Ja, okay, das heißt also auf Wunsch schon, aber eigentlich sagen Sie, die anderen sind besser, hat man mehr davon, muss nicht so schnell wiederkommen vielleicht. Genau. In dieser Art und Weise. Sie haben mir im Vorfeld erzählt, dass Sie Ihren Patienten etwas anbieten, nämlich eine App. Das heißt, ich kann mir also etwas auf mein Handy laden, was mir was denn Tipps gibt oder mich erinnert oder worum geht es? Genau, das ist eine App, die heißt StoneMD Nierensteine. Die habe ich zusammen mit einem Kollegen aus St. Petersburg entwickelt und das sollte eine Hilfe sein für Patienten, die mit einem Nierensteinlein zu tun haben und das Leben erleichtern, indem man auf die Trinkgewohnheiten, auf die Ernährungsgewohnheiten, sag ich mal, ja, darauf anspricht und so dann gemeinsam das Rezidivrisiko absenkt. Das heißt also, ich kann da eintragen, wie viel ich am Tag trinke, also damit ich das nicht mehr dauernd irgendwo anders aufschreiben muss, wie viel ich schon getrunken habe von den zwei Litern, die ich trinken soll. Was kann ich noch? Genau, das ist, am Anfang wird ein Risikoprofil erstellt, wie viel man tatsächlich trinken muss, weil jeder Mensch braucht doch ein bisschen unterschiedliche Menge an Flüssigkeit. Früher hat man immer gesagt, über zwei Liter reicht aus, um das Risiko um 50 Prozent zu senken. Jetzt ist es aber so, dass man eigentlich zwei bis zweieinhalb Liter Urin produzieren sollte, heißt im Umkehrschluss zweieinhalb bis drei Liter trinken. Ist man jetzt 1,60 groß, braucht man natürlich weniger, als wenn man 2,10 Meter groß ist. Das ist aber somit das Wichtigste, dass man auch selber gucken kann, ist der Urin einmal durchsichtig am Tag, weiß man, dass man an diesem Tag genug getrunken hat. Und die App hat eine Funktion, dass man Benachrichtigungen bekommt mit der Aufforderung zu trinken, um so einfach daran erinnert zu werden. Und dann gibt es noch verschiedene andere Funktionen, dass man zum Beispiel auch gucken kann, wie eine Steinoperation abläuft in animierter Form. Das ist auch vor der OP immer ganz interessant für die Patienten, dass die dann tatsächlich in das Aufklärungsgespräch kommen und wissen, was wir machen. Ja, genau. Und dass man eben zum Beispiel auch Träger so einer Harnleiterschiene ist, damit man weiß, dass wann man sich beim Ärzten melden muss, um die eventuell kontrollieren zu lassen. Ganz genau. Das haben wir dann Stentradar genannt, wo man einfach dann die Benachrichtigung bekommt. Aha, der Termin steht an, die Schiene muss raus, damit man die nicht vergisst. Weil kommt es zum Vergessen der Schiene, kommt es zu einer Infektion und dann geht die Schiene deutlich schlechter raus, als wenn man es termingerecht machen würde. Okay, das heißt also Stone MD für Medical Doctor Nierensteine. Stone MD Nierensteine. Kostet die was? Nein, die ist kostenfrei, weil es ja für Patienten ist. Und dann haben wir gedacht, dann lassen wir das auch kostenfrei und ist im App Store und im Google Play Store erhältlich. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich danke Ihnen. Danke. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund! Vielen Dank.